TG Heimfeld gegen Mannheim, das nächste Spiel, was hier auf dem Programm steht und ich freue mich, dass Felix Reus weiterhin neben mir sitzt und mit uns dieses Spiel oder jedenfalls die erste Halbzeit, wo ihr euch weitergeht, anschaut, kommentiert. Felix, was erwartet uns? Ja, ein Meisterschaftskandidat für mich im MHC gegen einen sehr, sehr starken Aufsteiger in der Nordliga. Erzähl mal, ihr habt ja schon getestet gegen Heimfeld. Genau, also wie gesagt, Heimfeld hat jetzt das erste Jahr, erste Bundesliga in der Halle vor sich und viele Unbekannte neben zwei sehr bekannten Leuten, Alex Otte und Max Landshut, aber die vermeintlich Unbekannten, die wahrscheinlich über die Saison hinweg sehr bekannt werden, spielen super griffigen Ball, verteidigen aggressiv und haben eben dann mit Max und Alex zwei tolle offensive Kräfte, die wir jetzt hier auch schon auf der Platte sehen, die schon auf der Platte sind und die da auch die gegnerische Abwehr, glaube ich, echt vor Herausforderungen stellen werden. Und Mannheim natürlich als klassisches Süd-Team. So ein Brettleger-Team oder? Ja, weiß ich gar nicht so genau, auf jeden Fall können sie das auch. Wie gesagt, jedes Top-Team kann mittlerweile Bretter legen, Mannheim, Mannheim. Aber halt total eingespielt. Und dann eben sehr viel individuelle Klasse hier, auch mit Paul Smisloni ist das. Und Pat Harris, der auch ein ausgewiesener Hallenspezialist ist. Ja, die werden auf jeden Fall eine große Rolle um das Viertelfinale spielen und letztendlich dann auch um die Final-Four-Plätze, also West 2. Ich gehe mal davon aus, dass MAC Süd-1 wird und dann treffen die auf dem Westen. Mülheim, Köln. Und das wird schon eine tolle, könnte ein vorweggenommenes Halbfinale oder Finale sein, auf jeden Fall. Ja. So haben wir ein weiteres Ergebnis aus der Gruppe A, das sind die Damen. Flottbeck schlägt die Arminen aus Wien mit 3 zu 1. Schön gemacht. Und das meine ich, dass eben Heimfeld, viele dachten vor der Saison, die können nur Bretter legen und werden da hinten ein Bollwerk anrühren, aber die sind tatsächlich auch sehr technisch versiert. Mitnichten, also gerade das Spiel, was wir gestern Abend hier gegen HTAC gesehen haben, das war wirklich richtig gut gespielt. Und hier auch toller Pass von Max Landshut, sich den Gegner ausgeguckt und er weiß genau, dass er nicht mehr über Geschwindigkeiten kommen kann und so ist sein Spiel eben ausgelegt. Total clever, tolle Pässe, viel antizipieren. Da sehen wir Max Neumann am Ball. Der ehemalige Hamburger. Vom UAC. Und da sieht man eben Heimfeld verteidigt eben griffig. Also es hat gestern richtig Spaß gemacht, den zuzusehen. Man muss auch sagen, ich freue mich auch darauf, in der Bundesliga die dann im Liga-Spielbetrieb zu sehen. Ja. Denn du hast es ja schon abgesprochen, vorhin irgendwie, dass viele gedacht haben, die gehen was vielleicht runter. Ich habe da so meine Zweifel, wenn sie das anbieten, was sie hier gezeigt haben, dann sind die ein richtig, richtig starker Gegner. Genau. Aber man sagt ja im Norden immer, dass die Top 3 eigentlich unantastbar sind. Und dass die anderen drei, wer das dann auch immer ist, eher um den Abstiegsplatz spielen, aber Heimfeld, die können ärgern. Genau. Die können einfach da sein, wenn einer schwächelt, dann sind die da. Da muss natürlich auch vieles für sie perfekt laufen, aber das ist auf jeden Fall drin. Aber Ergebnis guter Arbeit, die im Süden von Hamburg gemacht wird. Ja, definitiv. Zeigen ja auch immer die Ergebnisse auf dem Feld. Und da braucht man ja mehr als nur sieben gute Spieler. Und da halten sie sich regelmäßig im Mittelfeld der zweiten Liga auf. Also dafür, dass in Hamburg so viele Clubs sind und die Spieler jetzt sich eh auf so viele Clubs verteilen, machen die das schon sehr gut. Ist ja auch nicht so einfach gerade im Jugendbereich da noch großartig was zu machen bei dieser Dichte. Weil man jetzt auch noch da sieht, dass Polo ja auch noch nachzieht und extrem aufbaut. Und dann auch noch Leute holt. Das Einzugsgebiet von Heimfeld ist nicht groß, was das angeht. Absolut, ja. Und gerade wenn du auch mal als Jugendlicher irgendwie auf einer deutschen Meisterschaft oder deutschen Zwischenrunde spielen willst, dann bleibst du in der Regel nicht bei Heimfeld, sondern dann wechselt man eben zu den, sage ich mal, Big Four in der Jugend, würde ich es mal sagen. Und dazu zähle ich eben noch Flottbeck dazu, die auch eine sehr gute Jugendarbeit in der Regel machen. Wo sich andere Topclubs theoretisch was abschneiden könnten. Ja. Hast du vorhin schon angesprochen. Warum ist das so? Warum ist das bei Alster so, dass die Jugend nicht so stark ist? Es war lange Zeit so. Mittlerweile sind wir tatsächlich auf Zwischenrunden und Endrunden vertreten. Also ich glaube, letztes Jahr auf dem Feld hatten wir die meisten Hamburger Meister in der Jugend. Wir hatten jetzt auch wieder eine Mannschaft mit dem Knaben A, glaube ich, auf der deutschen Endrunde auf dem Feld. Wir sind in der Halle eigentlich auch immer ganz gut vertreten. Aber das sind jetzt gerade die Früchte, die wir ernten, die wir natürlich vor fünf Jahren gesät haben oder vor sieben Jahren. Weil so, man baut ja nicht von heute auf morgen eine starke Jugendabteilung auf. Und da ist natürlich sicherlich der Verdienst von Berti Raut sehr hoch anzurechnen. Dann haben wir jetzt Marcel Ahlgrim noch geholt von den Zehendorfer Wespen. Mats Reier, Jo natürlich auch. Russell schaltet sich damit ein. Und ich würde sagen, dass einfach der Fokus vorher nicht so auf der Jugend lag. Und dass sich das jetzt gerade so ein bisschen verschiebt. Dass das eben Alster auch starkes Jugendhockey jetzt langsam anbieten will. Und sich nur fertige Spieler im Herren- und Damen-Bereich dann von außen holen will. Sondern auch eben selber Bundesligaspieler ausbilden will. Und jetzt hat mit Anton Böckel, ist jetzt eben auch einer bei der U21-WM, der hier groß geworden ist. Und ja, ich denke, da macht der Klub eigentlich eine ganz gute Arbeit mittlerweile. Und die Erfolge sprechen auch für sich. Mannheim ist sicherlich ein Klub, der noch in einer anderen Liga spielt als finanziell gesehen, als die anderen Vereine. Denke ich auch, ja. Das sieht man ja an der Verpflichtung von Gonzalo Péa. Macht es dir Spaß, gegen den Ecken zu halten? Total, ja, klar. Wenn du sie hältst? Total. Wie viele hast du in der Hinrunde gehalten gegen ihn? Ich glaube so zwei oder drei. Und wie viele hat er getroffen? Ich glaube eine. Duell gewonnen. Duell gewonnen dank meiner Rausläufer. Weil die das Tor sehr klein gemacht haben. Auch wirklich, wir hatten da mit Steiby eine ganz tolle erste Welle. Der glaube ich sich drei einfach mit dem Schläger abholt. Zwei abfälscht und die dann eben schön haltbar waren für mich. Aber um nochmal auf den MHC zurückzukommen, die spielen ja natürlich von der Liquidität her, sage ich jetzt mal. Ich meine andere Vereine haben auch gute Konzepte, aber... Ja, wirklich an Gehältern ist Mannheim schon wahrscheinlich als Klub eine Liga über den anderen. Zumindest das, was ich von außen beurteilen kann, ne? Klar. Lassen wir uns mal auf das Spiel gucken. Heimfeld macht das gut. Immer noch 0-0. Alex Otto draußen verletzt. Wird gerade behandelt. Hoffentlich kann er weiterspielen. Wäre schade, wenn er sich wieder verletzt hat. Total, ja. Und das meine ich. Die können eben nicht nur Rückhandbretter legen, sondern dieser kleine Vorhandzieher gerade, die sich rausdrehen. Ja, es ist auch nicht so. Es ist ja mit Nichten so, dass die sich auf die Defensive verständigen geheimführen, ne? Dass sie abwarten, was der Gegner macht, sondern sie spielen mit. Genau. Vielleicht das auch eine große Stärke von ihnen gerade, weil viele damit nicht gerechnet haben. Ja, der Fokus liegt natürlich auf der Defensive und das ist die Basis, um überhaupt mitspielen zu können. Aber alles andere machen sie trotzdem gut. Ja, aber genau, total. Ja, aber genau, total. Und das ist so das klassische Spiel vom MHC, dass sie im Dreier starten. Dann die rechte Bande eigentlich gerne auflösen, gucken, ob was nach vorne geht und wenn da nichts geht, eben die rechte Bande wieder ersetzen, um wieder im Dreier zu stehen. Viel rotieren, um den Gegner da ein bisschen zu verwirren oder besser gesagt, um Chaos zu stiften und aus der Ordnung zu bringen. Das wird, wenn ich in der nächste Woche an den Bundesliga starte, denke ich, nicht einfach für den URC in Heimfeld. In Heimfeld starten die? Ja, es gibt leichtere Aufgaben, stimmt. Am nächsten Samstag, 16 Uhr. Ja, viel Glück. Danke. Allerdings muss man sie jetzt auch nicht stärker reden, als sie sind. Die sind sehr ernst zu nehmen, aber URC ist natürlich da individuell nochmal besser besetzt. Ja, aber gerade am Anfang der Saison, wo Heimfeld noch beigekräftet ist, trotz dieser intensiven Vorbereitungsphase. Ja, es wird definitiv kein leichtes Spiel. Kein leichtes Spiel, überhaupt nicht. Und beim URC habe ich auch manchmal so das Gefühl, die wissen selber noch nicht genau, was sie alles wirklich können und wo sie stehen. Das stimmt, ja. Das haben wir gestern auch so ein bisschen gesehen. Den Eindruck kann man gewinnen. Ja, da fehlen natürlich auch ausgewiesene Hallenspezialisten beim URC diese Saison. Mit Mo, Oli. Joni Fürst, der aufgehört, der vorne immer für ein Tor gut ist. Philipp Schmid ist auch ein sehr, sehr guter Hallenspieler. Bruns auch nicht mehr da. Bruns auch nicht mehr da. Gott sei Dank. Das ist jetzt Ansichtssache. Nein, haben wir hier schon in zwei Spielen gesehen. Sensationeller Hallenspieler. Spielen tollen Ball, absolut. Absolut, ja. Ganz schwierig zu verteidigen. Heimfeld im Aufbau. Für Alex Otto scheint es nicht weiter zu gehen, wenn ich das von hier so richtig sehen kann. Und er hält sich jetzt mit Juman, aber hat die Schuhe nicht mehr an. Ja, das wäre schade. Wenn man hier vorne sieht, man wird Volker Fried in Blau an der Pfeife. Die alten Recken, Pfeife hier. Das leiten hier das Turnier. Aber souverän, muss man sagen. Ja, aber auch schön. Es wird wenig gemeckert von den Spielern. Ist aber auch, ist ja auch sagen, es ist ein teilweise hartes Spiel, aber fair. Absolut, ja. Da wird noch keine richtig unfaire Aktion gesehen. Das ist schon... Ist aber natürlich auch der Charakter eines Vorbereitungsstums zu mir. Ja, aber es muss ja auch von allen mitgetragen werden, ne? So. Ein neues Gesicht für mich beim MHC. Hinten links müsste Josip Anzen jeder sein. So, und wieder Heimfeld verdichtet schön die Mitte, ne? Es ist schwierig für MHC da die Lücken zu finden. Ja, Alex Otto zieht sich um. Schade. Ja, hoffentlich nichts Ernstes. Hoffentlich nicht. Ist irgendwas am linken Fuß gewesen, aber für Ferndiagnosen... Wegen wir uns mal fest. Sind es Mosebandriss. Nein, hoffentlich nichts. Hoffentlich kann er dann wieder eingreifen. Ja, es ist einfach eine Augenweide, ihm in der Halle zuzugucken mit dem... Du weißt es am besten. Mit dem spektakulären Turn. So, und wieder. Selbst wenn Mannheim dann mal ein bisschen Unordnung gestiftet hat. Heimfeld wird sich da schnell wieder sortiert. Unglaublich diszipliniert. Und da nimmt sich keine Auszeiten. Schon beeindruckend. Und da werden sich viele Offensiven aus der Nordliga die Zähne ausbeißen. Da wird sicherlich interessant in den Spielen gegen Hannover und Klipper. Ja. Das macht er ganz clever. Den Bulli wird er gewinnen, der alte Mann. Die Zähne aus der Nordliga die Zähne aus der Nordliga. So, Mannheim jetzt offensiv. Den Platz der Kragen. Schönes Tor. Sehr schön. Richtig schönes Tor. Da sehen wir, dass der Torwart liegt. Und dann den Ball schön drüber gelupft mit der Rückhand. Für meine Begriffe ein bisschen zu leicht. Hast du gesehen, wer es war? Die Nummer 11. Das ist Maximilian Bons. Aber das muss man auch mal machen. Sehr schön. Aber interessant zu sehen, Mannheim merkt, wir kommen mit dem Spielaufbau nicht vor das Tor. Wollen dann drauf gehen, um den Ball gar nicht irgendwie im Aufbau zu haben, sondern irgendwo schon in der gegnerischen Hälfte abzufangen, um dann irgendwie zu Torschancen zu kommen. Und Heimfeld nutzt es dann knallhart aus. Gleich mit dem ersten Ball nach vorne gekommen. Und gut die Chance genutzt. So ein bisschen auch wie gestern, dass sie lange gut mitspielen führen. Gestern haben sie auch 2-1 Halbzeit geführt. Und dann muss man mal gucken, wie gehen sie dann oben ab. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ab Minute 40, 50. Und dann gucken, was ab Minute 50, 60 passiert. Die Frage, gestern hat H.T. erzählt, irgendwann das Tempo einfach unfassbar erhöht. Naja, unfassbar nicht, aber es war ich schon hoch, aber erhöht. Und dann ist die Frage, was Mannheim nachher macht und wie Heimfeld damit umgehen kann. Genau. Ja, aber so wie es mir aussieht, spielt Heimfeld schon mit der kompletten Truppe, oder? Mit der was? Mit der kompletten Truppe. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da nur mit sieben Leuten spielen. Nee, das war gestern auch so. Das ist halt durch die Bank weg stark. Da sieht man auch eine gute Breite im Kader. Ja. Und das wird ihnen, glaube ich, im Duell mit, oder in den Duellen mit Klipper und Hannover zugutekommen. Ja, glaube ich auch. Wobei ich jetzt beide nicht gesehen habe. Ich auch nicht, aber... Klipper auch, Vorbereitungsspiel hatte gegen UAC, ich glaube 6-3 verloren. Und Klipper natürlich noch ein bisschen auch wahrscheinlich darunter leidet, dass er auch viele aufgehört haben, vor der Felssaison. Genau. Aber... Ja, das wäre eine interessante Duelle. Absolut. So, Mannheim geht wieder vorne früh rauf. Als ob sie es erzwingen wollen. Ja. Wollen sie wahrscheinlich auch. Ja, ihnen fällt kein probates Mittel gegen die gute Defensive von Heimfeld ein. Und dann wollen sie eben die Bälle weiter vorne gewinnen, um dann so zu Chancen zu kommen. Aber auch hier wieder Heimfeld spielt das ganz, ganz ruhig runter, lassen sich da nicht unter Druck setzen. Finden immer wieder Lösungen, wie sie sich auf dem Pressing an den Banden befreien können. Und spielen mit eben, ne? Und jetzt wieder gedoppelt an der Bande und dann ist da einfach kein Durchkommen. Zumindest wenn man es nicht schnell genug spielt. Und das meine ich. Oh, das ist clever. Das ist dieser Gratisball, der einem dann geschenkt wird, ne? Den wir vorhin angesprochen haben, bei der langen Eckenregelung. Böse Schiedsrichter hätten da eine Ecke gefällt. Genau, aber clever gespielt von Max Landshut. Er weiß ganz genau, ich spiele ihn so, er kann ihn nicht kriegen, aber es sieht auch nicht so aus wie Absicht. Erfahrung. Absolut. Abann es noch nicht so gut. Der Berge ist noch nicht so gut. Aber als auch nicht noch mit der Verteilegung. Aber als auch nicht, genauer in die Augen. Irr, in der Götte, gesehen wird der Leipton in Wachstum. Aber das ist sicherlich schon schon nicht geworden. Der Oberst. Der Oberst. Der Oberst. Der Oberst. Die Oberst. Der Oberst. Und immer wieder stimmt die Ordnung bei Heimfeld, da kann Mannheim noch so viel rotieren. Die Organisation ist grandios. Ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Einer der Top 3 wird über Heimfeld stolpern einmal. Ich glaube, das ist gar nicht aus dem Fenster geliebt. Ich glaube auch. Man darf nicht sagen, wen das erwischen wird. Das kann ich nicht. Keine Ahnung. Das kann keiner vorher sagen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass sie hier so ein bisschen auf Lockback bei den Damen, die auch dann da sind, wenn einer schächelt oder da sein können. Das Heimfeld eine Mannschaft ist, die entscheidend sein kann, wer ins Playoff kommt und wer nicht. 1-1. Gut gemacht von der Nummer 15. Schön wieder durchgesetzt hier. Und oh, tolle Parade. Richtig gut gehalten. Aber auch wieder richtig toll gespielt von Heimfeld. Da nimmt einer sein Herz in die Hand, setzt sich gegen zwei Leute in der Hallenmitte durch. Und dann spielen sie es einfach gut aus und kommen so zu einem freien Torschuss, aber natürlich auch Weltklasse gehalten von einem Torwart. Ja, solche Fehler dürfen die natürlich nicht passieren. Nee. Hatten sie Glück, dass Heimfeld das nicht ausnutzt. Letzten Sekunden laufen hier. Ich glaube, dass wir mit dem 1-1 gerechtes Halbzeitergebnis haben. Und ich jedenfalls stelle wieder fest, dass Heimfeld einfach Laune macht, gut spielt, dynamisch spielt, extrem diszipliniert spielt. Total, ja. Und eben nicht nur versucht zu reagieren, sondern auch, auch wenn sie jetzt hier das 1-2 kriegen, auch extrem gut selber das Spiel machen kann nach vorne. Ja, absolut. Das war's, die erste Halbzeit. Felix Reuss, vielen Dank und ein schönes Töner noch. Danke, dir auch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zweite Halbzeit, Heimfeld gegen Mannheim Mannheim führt 2-1 aufgrund von zwei Toren kurz vor der Halbzeit Halbfeld macht es sehr gut bis hierhin Felix Reus war bis eben hier, jetzt sitzt Franziska Hauke hier Hallo Hallo Schön, dass du uns hilfst Sehr gerne Lass uns doch am Anfang einmal über euer Spiel eben sprechen Ja Da wäre meine Frage gewesen, warum so lange mit sechs Feldspielern? Ja, ich glaube, dass man das vielleicht dem Trainer mal fragen muss Ich habe mich das auch kurz gefragt Aber wir müssen es halt irgendwann auch mal testen Also Und ich glaube, da war Leverkusen ein ganz guter Gegner Weil die haben es echt gut gemacht Und haben es uns das Leben dann schwer gemacht Und Tomek hat irgendwann auf der Bank gesagt Als unser Torwart unbedingt wieder rein wollte Hat er gesagt Ne, jetzt müssen wir es nochmal weiter üben Und jetzt müssen sie da durch Und dann haben wir auch ein bisschen die Kurve gekriegt Der Torwart hat, glaube ich, nach jedem Gegentor gefragt Also jedenfalls, das sah so von dir so aus Ja, sie sagt, ich kann nicht rein, kann nicht rein, kann nicht rein War das auch so, dass ihr das gemacht habt, weil ihr gestern gegen UAC hinten raus noch drei bekommen habt? Ne, ich glaube nicht Ich glaube, das eine Spiel hatte mit dem anderen gar nichts zu tun Das war einfach Wir haben ganz viele verschiedene Sachen heute getestet Und das ist halt ein Gegner, gegen den wir wahrscheinlich diese Saison gar nicht kommen werden Und da kann man das auch einfach mal testen Also Klassisches Testspiel einfach Genau Und das auszuprobieren So, jetzt sehen wir eine Ecke für Heimfeld Ja Und gucken mal, was sie da anbieten können Heimfeld hat ja gestern, ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen eure Herren gestern gesehen Was hat mir Heimfeld sehr gut gefallen Ja, und das, ich muss sagen, ich bin ja ein absoluter Fan von Max Landshut Und der hat gestern nicht mal mitgespielt Also deshalb bin ich heute mal gespannt Weder Otto noch Landshut gestern Und Otto jetzt leider auch nicht mehr bei verletzt draußen Ja Gut gehalten Durchatmen bei Max Neumann hinten auf der Linie Ja So einen Ball möchte man ungern abkriegen Ne, da würde ich mich auch nicht hinstellen Aber einer muss? Ja, es gibt immer welche, die das auch ganz gut können, aber meine Position ist das nicht Wie siehst du die Vorbereitung für euch? Ja, wir haben sehr gute Gegner Also wir haben immer, wir haben letzte Woche in Pinnebald gespielt Haben ja auch schon gegen UHC gespielt Und waren dann sonntags in Berlin und da hatten wir ein bisschen leichtere Gegner Und konnten da wieder viel testen Dann unter der Woche hatten wir wieder ein Spiel gegen Alster Also wir haben immer so einen sehr guten Gegner und dann ein bisschen leichtere Gegner Dass wir uns echt ganz gut einspielen können Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg Also wir müssen uns schon noch ein bisschen finden Weil das letzte Wochenende haben wir ohne Fili Househead gespielt Weil sie geheiratet hat Und das dauert jetzt halt dann einfach nochmal ein bisschen Wie habt ihr gegen Alster gespielt unter der Woche? 10-1 gewonnen 10-1? Ja Also da war Alster aber auch nicht komplett Aber das war schon eins unserer besten Spiele Alster ist bisher im Turnier ein 6-0, ein 5-0 Ja, die sind auch so eine sehr gute Mannschaft Aber wir haben die, glaube ich, ein bisschen mit unserem Pressing überrascht Was wir ja nicht so häufig spielen Und wie gesagt, also Rebecca Lanzhut hat nicht mitgespielt Weil die unter der Woche halt da keine Zeit hat Und die ist ja so wie Max Lanzhut halt einfach eine sehr erfahrene Hallenspielerin Und wenn die nicht da ist, dann merkt man das bei Alster auch Mit den ganzen jungen Spielerinnen Und es wird ja in der Saison wieder draus hinauslaufen, dass sich drei und zwei Plätze streiten Bleibt spannend Ja Also ich war ja jetzt lange nicht in der Nordliga Ich bin ja jetzt das erste Mal wieder da Und bin deshalb besonders gespannt, wie das alles so läuft Ich habe jetzt Uhrzeit und Alster schon gesehen Ich finde die sehr gut Aber ich glaube auch, dass wir mithalten können Und ich freue mich darauf, dass das, glaube ich, ein sehr, sehr enger Dreikampf werden wird War ja gestern auch ein knappes Spiel Also letztendlich im Ergebnis 8-5 Die Tore fallen dann irgendwann, als ihr euren Torwart nicht mehr drin hattet Aber bis dahin war es ja relativ knapp Ja, vor allem war es, glaube ich, echt ein gutes Damenspiel Also hohes Tempo Und wir kriegen halt ein bisschen zu leichte Gegentore am Anfang Und schießen unsere Tore nicht Deshalb stand ja relativ schnell 1-4 Wenn wir gar nicht so doll in den Rückstand kommen Dann weiß ich gar nicht, wie es am Ende ausgeht Aber wenn du die erstmal wegziehen lässt Dann ist Uhrzeit natürlich auch ziemlich gut Das nicht mehr aufholen zu lassen Ja, du hast ja gerade gesagt Schon sehr intensives und schnelles und gutes Spiel Das wir hier auch heute schon mehrfach festgestellt haben Noch mal rückblickend Ja, ich muss auch sagen Jetzt so gerade Heimfeld Also die habe ich noch nie spielen sehen Und gestern und heute machen die echt einen sehr guten Eindruck Und gerade können die das Tempo auch sehr gut mitgehen Also ich finde, MAC ist ja auch eine sehr, sehr gute Heimmannschaft Und die dominieren das Spiel jetzt nicht gerade Also es ist schon ausgeglichen Ja, wir haben eben auch schon mit Felix Reus gesagt Dass er einer der drei Großen in Hamburg wird Dann Heimfeld stolper Wahrscheinlich Ja, es ist halt die Mannschaft Die letztendlich vielleicht mitverantwortlich dafür sein kann Wer in die Playoffs geht und wer nicht Ja, definitiv Vielleicht so ein bisschen wie Flottbeck bei euch in der Liga Ja, wahrscheinlich schon Obwohl Heimfeld hat halt nochmal so 2-3 gewisse Einzelspieler Die halt dann nochmal das Spiel entscheiden können Und bei Flottbeck ist es eher so das Kollektiv, finde ich Und die Halle Ja Da habe ich so lange nicht mehr gespielt Da muss ich erstmal wieder gucken Viel Spaß Mal gucken, wie Also Heimfeld hat es gestern auch gut gemacht Und dann irgendwann ab Minute 40, 50 Beziehungsweise jetzt ja nicht 40, 50 Aber sonst wird es ja so in der Saison sein Mal gucken, wo es dann die Reise hingeht Ob sie dann eben noch weiter das Tempo mitgeben können Ob sie das schaffen oder nicht Ja, obwohl ich sagen muss Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die die Großen irgendwie an der Nerven bringen kann Also ich habe ein bisschen zugeguckt Und ich meine, mein Bruder ist ja sowieso schnell reizbar Aber der hatte nach 5, 6 Minuten einfach gar keinen Bock mehr Und das ist glaube ich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg von Heimfeld Dass die da dann von profitieren Und die haben auch ganz gute Stürmer vorne Und dann geht es los Und sind halt unglaublich diszipliniert Genau Dein Bruder spielt ja heute wahrscheinlich nicht Ne, der kann heute nicht Morgen wird er nochmal eingreifen, glaube ich Stets 2-2 bei HSV gewonnen Ich habe gerade gehört nach meinem Spiel, dass sie 2-1 führen Ich habe mich sehr gefreut und bin dann ins Clubhaus gegangen Und genau dann fällt das 2-2 Da habe ich gesagt, ich darf jetzt nicht mehr gucken, sonst bin ich schuld Das ist eine gute Aufgabe, spannende Aufgabe Ja Also ich glaube, er hat da sehr viel Spaß dran Aber er ist gar nicht mehr zu Hause Ich habe ihn irgendwie 2 Wochen nicht mehr gesehen Und ja, mit dem Hockey wird man mal sehen, wie das dann alles noch machbar ist Aber Heilensaison ja eh Sonst durch Indien für ihn weniger gewesen Wäre es weniger gewesen Ja genau, so ist er jetzt zumindest nicht in Indien Und kann wahrscheinlich am Wochenende immer auf jeden Fall spielen Aber das Training ist halt kaum machbar Weil er jetzt halt auch immer dabei sein will Und dann auch morgens wieder hin Und das ist halt jetzt einfach so Aber spannend und gut Und vor allen Dingen vom HSV Schön, dass sie sich das trauen und das machen Ja, hat er sich auch sehr darüber gefreut Nicht lange gezögert und dann zugeschlagen Würde, glaube ich, auch gerne ansonsten So, wir sind immer noch dabei, dass Heimfeld immer noch gut mitspielt Mhz steht aber auch echt tief Also das hätte ich jetzt nicht gedacht Ich kenne die nur eher so im Pressing Genau, das haben sie in der ersten Halbzeit irgendwann probiert Als sie gemerkt haben, sie kommen hier nicht durch Haben dann, sind ins Pressing gegangen Und haben dann sofort das Gegentor gefangen Ja Und jetzt gut, jetzt führen sie 2-1 Jetzt haben sie ja nicht unbedingt die Not im Pressing zu spielen Aber da fehlen auch ein paar Spieler Also ich muss sagen, mir fehlt so der Peke vorne drin Zum Beispiel, den ich heute hier aber auch schon gesehen habe Ist das so, das spielt er gar nicht oder ist er einfach nur rausrotiert? Ich weiß nicht, ich habe hier den Sportklamotten gesehen Achso, dann kann es ja sein, dass er das wie viele andere auch machen Genau Dass er rausrotiert ist Aber der ist natürlich auch ein absoluter Hallenkreisschirmer Ein bisschen wie Alexander Otte Wenn die den Ball im Kreis kriegen, dann ist es immer gefährlich Ja Ja, Otte, ich weiß nicht was, aber hat sich verletzt am Fuß irgendwie? Ja, ich habe ihn vor dem Spiel getroffen Und weil er mit unserem Physio gesprochen hat Und er ist irgendwie unter der Woche umgeknickt Hat gefragt, ob er es mal probieren kann Aber es war schon klar, dass es schon vorher war Und ich glaube, dann ging es wahrscheinlich einfach nicht Hoffentlich wird daraus nichts Schlimmes So, nochmal Ecke Heimfeld Ich bin jetzt mal für einen Schuss von Landshut Nein, das nicht Gar nicht sehr gut geschossen Nee, wenig platziert Und von rechts würde ich ja auch einfach bei den Herren sagen Ist jede Ablage drin Und ich glaube, das wäre jetzt auch wieder gegangen Aber das ist, also wenn man die Ecken bei euren Herren sieht Die ja unglaublich durchgetaktet sind Und schnell und präzise und einfach passend Das ist ja, das stimmt der Ablauf einfach Das ist dann noch eine andere Liga Also einfach noch Aber da steht natürlich mit Michi Körper auch ein Schütze Der das einfach kann Der gestern auch wieder zwei Tore aus dem Nichts macht Clever gemacht Ja Musst du auch noch pfeifen? Nein Ich habe gesagt, ich kommentiere lieber, bevor ich pfeifen muss Sehr gute Wahl Da steht jetzt bei MR10 ziemlich guter Eckenschütze Patrick Hablawetz Kurze Ecke oben würde ich tippen jetzt Max Neumann wird sie reingehen Nicht ganz Mutter Rück hat auf der Linie dann den Nachschuss noch geholt Respekt Aber das ist jetzt so der zeitliche Punkt Wo sich das entscheiden wird Ob Heimfeld da weiter mitgehen kann oder nicht Oder wenn Mannheim das Tempo nochmal ein bisschen erhöht Ob sie sich dann noch mehr Chancen einfach rausziehen Ich wollte gerade sagen Man merkt jetzt ein bisschen Dass es bei Heimfeld langsam so ein bisschen zu technischen Unstimmigkeiten kommt Und sie nicht mehr ganz so mithalten können Und jetzt Jetzt bin ich mal gespannt Was MR10 draus macht Das war Charlotte Stappenhorst, die hier gerade vorbeigekommen ist Ja, ich glaube, sie hat sich gerade angemeldet Später auch mal zu kommentieren Ja, genau Das wäre ein wichtiger Punkt Weil gestern hat sie es nämlich absolut vehement vermieden Mal gucken, ob wir sie dazu noch überreden Ich glaube, HTHC, MAC-Herrn wollte sie gerne machen Und das ist ein Spiel, auf das ich mich richtig freue auch Ja Da kann ich leider nicht kommentieren, da muss ich es zugucken Da gucken wir nochmal Da gibt es bestimmt einige, die sich drum reißen werden Ja, Stapi halt Ja, wir gucken wir nochmal auf den Spielplan gucken Das passt ja ganz gut, weil die danach eigentlich nichts mehr vorhat Ja, genau Das direkt nach ihrem Spiel Können sie gleich mal direkt dazu holen Aber nein, aber das ist das Schöne überhaupt zu sehen Dass viele Spieler und Spielerinnen, die nicht spielen Oder eben auch Zeit haben, das auch gerne machen hier Und das macht umso mehr Spaß Ja, ich finde das ganze Projekt halt echt cool Also ich meine, dass man jetzt mal so ein ganzes Turnier überträgt Dass das alle gucken können Das ist für uns ja auch mal ein Zeichen in die richtige Richtung Und dann stehe ich auch dahinter Da war sie gerade die Chance für Heimfeld Was wäre es gewesen? Das 2-2 Ja, den kann man reinmachen, würde ich sagen Also der Torwart hält auch gut, aber Einen Nachschuss muss man reinmachen Genau, der Schuss dann war leider nicht so platziert Aber den kann man auch reinmachen Zumindest aufs Torbring Das ist ja das, was wir schon gesagt haben Also ich glaube, dass Heimfeld wirklich wenig Gegentore kassieren wird Also so ein 1-2 ist ja wirklich eigentlich kein typisches Hallenergebnis Aber die verteidigen echt gut Also Ne, aber es ist halt irgendwie auch so ein Trend Den wir so gerade schon festgestellt haben Dass beim Herrenhockey einfach auch weniger Tore fallen als noch vor 2-3 Jahren Obwohl, also ich habe gestern All-Star-UHC gesehen 6-3, gut Ja Aber das ist 1-2 gerade Ja, das sind wirklich Wien verliert 2x3-2 heute Okay Also ich habe leider in den letzten Jahren Die Damen gewinnen 12-3, ihr gewinnt 8-5 Ja, aber ich habe in den letzten Jahren viel, also wirklich viel Westliga geguckt Und da sind gerade bei den Herren wahnsinnig viele Tore gefallen Also da gehen Spieler 13-12 und 12-10 aus und so Okay, das ist natürlich aus Zuschauersicht extrem gut Ja, aber da wird auch nicht so viel Wert aufs Verteidigen gelegt Schön zu gucken, aber für die Trainer glaube ich nicht so cool Das sind auch drei Punkte am Ende Einfacher Ballverlust da gerade von Max Neumann Das sind unglaublich viel laufen die Schiedsrichter gerade eben Alles Sind aber auch klasse Schiedsrichter heute Generell, also dafür, dass wir heute ja Spieler und Spielerinnen sind, die pfeifen Das ist alles super Ja, ich muss auch sagen, also als ich gehört habe, dass wir pfeifen müssen, fand ich es auch nicht so cool Komisch Aber ich dachte, dass wir dann wenigstens Damenspiele pfeifen Und jetzt stehen wir halt so bei Herrenspielen, das ist für uns schon sehr ungewohnt Also Oh, da ist es 2-2 Also die Schönheit der Tore in diesem Spiel geht auf jeden Fall an Heimfeld Ja Das erste Tor mit der kleinen Rückhand rübergehoben Nein, das ist Schiedsrichter machen das richtig gut Ja Aber Ist schon, also so hat ja CMHC Herren nachher Ist für eine Damenspielerin nicht so schön zu pfeifen Nee Also Ich bin froh, dass ich danach spiele und deshalb nicht pfeifen muss Aber Vielleicht möchte Stapit dann doch lieber kommentieren, bevor sie pfeifen muss Wenn sie pfeifen muss Also UAC muss auf jeden Fall pfeifen Ja, das stimmt, UAC und Leverkusen Den Moment des Abspiels verpasst Und im kompletten Block wechselt Heimfeld Vielleicht gibt ihnen das Tor nochmal Den Schub Und vielleicht sogar das Spiel zu gewinnen Ja, ich meine Sie haben die Druckphase von MAC echt gut überstanden Und schießt sogar in der Phase ihr Tor Von daher können sie jetzt wirklich selbstbewusst die letzten 8 Minuten spielen, finde ich Der gute Ball durch die Mitte Ja, da sind echt gute Bälle nach vorne Aber die finden keinen Abnehmer Heimfeld ja heute Abend nochmal um 20 Uhr ungefähr im letzten Spiel gegen den BHC Da bin ich auch mal gespannt Der BHC hat 4-4 gegen Mannheim gespielt Ah, okay Ja, BHC habe ich noch gar nicht gesehen Also wir waren ja letzte Woche in Berlin Aber da hat BHC nicht gespielt Aber die Ostliga ist ja auch immer nochmal ein anderes Hockey als die anderen Ligen Da wird es wahrscheinlich um BHC, Blau-Weiß und TUS-Li gehen, die sich da um die zwei Plätze streiten Obwohl also letztes Jahr waren ja BHC und Blau-Weiß auch schon punktgleich und ich habe Blau-Weiß letztes Jahr letzte Woche gesehen und die haben HTHC auch geschlagen Finde ich wirklich eine sehr gute Hallenmannschaft Wir haben auch was wir hier heute gezeigt haben Ja, wir haben echt viele gute Hallenspieler sind eingespielt, ich bin mal gespannt Ein bisschen Chancenschmachforn, also in der Auswertung gewesen Kennen wir Viele erspielt, aber hat nicht zu wenig reingemacht Viel zu wenig Kommt noch Schön gespielt Ja Aber die Torschriften sind alle ein bisschen ungefährlich Hast du die BHC-Damen heute schon gesehen? Nee, gar nicht Wie haben die denn gespielt bisher? Gar nicht gut Die haben gegen Leverkusen verloren Und knapp, also gegen Leverkusen knapp 4-3 Aber gegen UHC 12-3 Oh Und ist ja ein möglicher Viertelfinalgegner Wenn, wie auch immer das kommt Also halt die Nordliga spielt gegen die Ostliga Ja Wir haben letzte Woche gegen den wahrscheinlich anderen Viertelfinalgegner Tussliga gespielt Und haben auch 13-0 gewonnen oder so Also es ist schon Also man weiß nie, wie es dann in der Liga wirklich ist Aber das ist schon ein bisschen anderes Hockey als im Norden, im Westen und im Süden, finde ich Ja Ja gut, im Norden ist ja klassisch, dass du eh drei Teams hast Also diesen großen UHC als der HTHC Im Westen ist das auch so Also auch die letzten Jahre haben wir mal Düsseldorf, Mülheim, Rot-Weiß-Köln Genau Und im Süden hast du auch die beiden Mannheimer und MSC immer Also es sind eigentlich immer so wirklich drei starke Mannschaften Und in Berlin gibt es eigentlich nur BHC Und die leiden halt so ein bisschen dann unterm Niveau der ganzen Liga Das habe ich immer gespannt Wir spielen ja gleich noch gegen die Aber da spielt jetzt Roda Müller-Wienland auch, oder? Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon das Spiel da nicht so wollte auf jeden Fall Hat sie mir nämlich erzählt, als ich mit ihr das Spiel ging Ich habe das auch noch von Hähnchen mitbekommen Und die wäre schon eine ziemliche Verstärkung Für die, weil die schon eine sehr gute Hallenspielerin ist, finde ich War jetzt noch verletzt und versucht jetzt gerade wieder ranzukommen Aber vielleicht ist sie ja irgendwie auch hier Heute und dann kannst du ja mal fragen Dann werde ich sie auf dem Spielfeld sehen sonst auch Ich bin gespannt, wie das mit den HTHC Herren nachher läuft Ohne deinen Bruder Ohne Tobias Hauke Sicherlich eine andere Mannschaft Ja Da haben wir heute andeutungsweise schon gesehen Beim 6-6 wahrscheinlich gegen den BHC Ein enorm wichtiger Spieler, wenn der fehlt Ja Läuft einiges anders Also jetzt unabhängig davon, dass es mein Bruder ist Ist er ja schon ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft Und ein sehr guter Hallenspieler Und die sind ja auch mittlerweile eine echt junge Mannschaft Und ich habe am Donnerstag ein bisschen was beim Trainingsspiel gegen Klipper gesehen Und da hat Tobi auch nicht mitgespielt Und da war es schon alles ein bisschen zerfahren da Und so, das merkt man schon Nach dem nächsten Spiel sind wir schlauer Ja Ich werde es mir angucken Einmal ein bisschen Mich wundert es jetzt zum Beispiel ein bisschen, dass keiner den Torwart rausnimmt Also wir haben es vielleicht ein bisschen zu lange gemacht Aber so bei einem 2-2, bei einem Turnier könnte man schon nochmal den Torwart rausnehmen War das bei euch ja nicht sehr überraschend, dass Leverkusen dann gesagt hat, was klicken können können wir auch, wenn wir den Torwart auch raus Mich hat es nicht überrascht, weil wir das bei Köln auch immer so gemacht haben Also weil dann spielst du wenigstens Gleichzahl und dann reagierst du da drauf Aber ich glaube, dass einige von uns schon ein bisschen überrascht waren und nach zwei Minuten geguckt haben, jetzt ist ja Gleichzeit, was machen wir jetzt Und es war auf jeden Fall eine gute Maßnahme von Leverkusen Ja, je nachdem, was die Ausrichtung ist Ob es Torwart rausnehmen Heißt natürlich auf der einen Seite den Vorteil haben Mit dem sechsten Feldspiel Auf der anderen Seite weißt du auch, wenn du einen Konter kriegst, ist der in der Regel drin Ja, auf jeden Fall Aber wie ich eben schon gesagt habe Man muss das auch mal irgendwann testen Und Hallenhockey hat auch immer ein bisschen was mit Mut zu tun Und das muss man sich dann auch einfach mal trauen Und nicht davon ausgehen, wenn einer durchgeht, dann fährt direkt ein Tor Sondern einfach hoffen, dass man viele Bälle abfängt, weil man einen mehr hat Oder ist es halt eventuell auch so, dass Heimfeld mit dem 2-2 halt gefühlt als Gewinner vom Platz geht Und Mannheim sich sagen muss, wir haben gegen eine richtig starke Mannschaft 2-2 gespielt War aber nicht das, was wir ursprünglich wollten Genau, also deshalb, wie gesagt, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Heimfeld den Torwart rausnimmt Aber von MHC hätte ich das schon gedacht Die letzten Sekunden laufenden In der ersten Halbzeit war es halt so, dass Mannheim jetzt genau die beiden Stiche gesetzt hat Oder jetzt das 2-1 gemacht hat Aber Heimfeld steht jetzt sehr tief, sehr gut Du bist gerade dabei, ein Fazit zu fassen Mach es doch nicht Wenn du dich da schwillst, dem Ende neigst Was kann Heimfeld mitnehmen aus dem Spiel? Heimfeld kann auf jeden Fall mitnehmen, dass sie sich nicht verstecken müssen Egal welcher Gegner kommt Und dass es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig ist, gegen sie Tore zu schießen Und ja, ich glaube, das ist schon mal sehr wichtig in der Nordliga Vor UAC, Alster, HTHC Keine Angst zu haben, sondern sich auf die Spiele zu freuen Sehr gut Da wäre fast noch das Tor gefallen Zwei-2 ist ausgegangen Aber ich sage, ich bin sehr begeistert von Heimfeld Haben sie gut gemacht Franziska Hauke, vielen Dank Sehr gerne Dass du mitgemacht hast Es gibt ja noch das HTHC Mannheim-Spielen Ja, das gucke ich von der Tribüne Vielen Dank und leicht UAC, Leverkusen